Hallo liebe Freunde, hallo liebe Patienten. Heute ist das Thema Darmsanierung und was viele Menschen nicht wissen in Deutschland oder Europa oder generell in industriellen Staaten, wo viel Fast Food gegessen wird und die Lebensmittel so viele Giftstoffe beinhalten, dass wir nun noch ca. 30% unserer Mikroorganismen, Kleinstlebewesen in unserem Magendarm haben, als Menschen, die viel natürlicher leben auf Inseln oder im Urwald oder in Ländern, wo halt nicht so viele industrielle Lebensmittel gegessen werden. Diese Chemie in den Lebensmitteln, die lassen unsere Kleinstlebewesen wie Viren, Bakterien und Pilze sterben. Deswegen können wir unsere Nahrungsmittel nicht mehr so gut verdauen. Die Vitaminzufuhr und die Mineralstoffzufuhr lassen deswegen auch nach, logischerweise. Und deswegen gibt es die naturheilkundliche Darmsanierung. Die findet ihr auf ganzheitlichkeitsprinzip.com unter der Kategorie Naturheilkunde. Ich selber biete auch Kurse an, wie man Viren, Bakterien, Mikroorganismen selber zu Hause fermentieren und aufbauen kann, leckere Lebensmittel selber herstellen kann, Smoothies, Bio-Kumbucha Wasser, Bio-Kefir, Milch-Kefir und so weiter und so fort. Da gibt es also viele Sachen. Und ja, schaut es euch an und wenn ihr Interesse oder Fragen habt, dann meldet euch in meiner Naturheilpraxis in Düren oder gerne auf Telefonisch oder per Mail. Bis dahin euren Naturheilkundler Arndt. Ciao!